wow da hat schon jemand abgekürzt alter was stimmt mit meiner gabel vorne nicht die fühlt sich so komisch gerade auch ganz komisches gefühl mit der gabel keine ahnung weiter geht es ich weiß was es ist ich habe zu hohen luftdruck vorne drauf ich weiß was es ist mein reifendruck vorne ist noch relativ hoch nein kette unten scheiße kette hängt was ist da los ich versuche zu drehen das geht nix was 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 machst du für ein lärm hinter mir sagen wir uns was 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 euch mal gut damit ihr eben stücke gelegen habt, ich färts geradeaus scheißwurzeln na geil